Dieses zu erwerbende modernisierte Einfamilienhaus liegt im Kreis Warendorf. Das im Jahr 1987 erbaute Objekt verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Parkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 680 m² bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 119 m². Das Objekt hat einen Kaufpreis von 288.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.